So, da sind wir wieder bei Forager und wir sind total auf dem, ja wie soll ich sagen, Schreine-Trip. Ja, oh Gott Hilfe, das ist so schwer nochmal reinzukommen, wenn man da mal aufgehört hat, ne? Ich, ähm, ach ich kann auch ein Skill vergeben, genau, machen wir das als erstes, da kommen wir auch besser rein. Hm, was haben wir hier, Transmutating, Kesseln können Stahl in Juwelen verwandeln, boah, und leeren Stahl, den brauchen wir. Weißt du was, ich nehm's einfach. Was ist jetzt neu? Beschwören. Schaltet Siegelmacher frei, Schreine laden sich doppelt so schnell wieder auf, das brauchen wir dringend. So, wir haben hier nochmal, warte mal, was wollten wir eigentlich machen? War hier noch irgendwas? Äh, ne, da machen wir sowieso nix, ne? Aber hier. Was machen die? Ah, genau, Plastik, genau, Plastik ist da das Ding, gut. So, was brauchen wir hier nochmal? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Können wir hier noch irgendetwas? Ähm, Meisterhandschuhe. Ne, hier, riesiger Rucksack, das war's. Ähm, ja. Brauchen wir auch Plastik und Flaschenschmetterlinge. Also, Flaschenschmetterlinge sind kein Problem, aber Plastik schon. Ähm, Plastik, Flaschenschmetterlinge. So, jetzt gucken wir gerade, ich müsste ja hier jetzt leeren Stahl. Ne, wo wird denn leeren Stahl gemacht? Ah, da, Transmutation, was ist das? Ah, Stahl. Stahl haben wir im Moment nicht, aber das lohnt sich ja jetzt wieder, ne? Königsstahl. Leeren Stahl noch nicht. So. Komm, machen wir einfach mal Max, wie viel sind das? Um, 99. Komm, läuft. Sind wir alles am machen? Gut. Dann mache ich noch mehr davon. Was wird da gerade hergestellt? Nichts. Hilfe. Ich weiß gar nichts mehr, ne? Steinmauer, Kopass, im Moment nicht. Gläser, Flaschen. Ach, komm. So, Plastik. Ach, genau. So, schön. Genau. Das wollte ich nicht. So. Komm, erstmal nochmal die Schreine ernten. Wir haben wieder einiges an Dingen. Minz, so. Okay, erstmal der eine. Verwisst, Gebäude kosten die halbe Minzmenge. Ah. Und jetzt mal das. Geschickter, bewegt dich doppelt so schnell. Nicht mal wieder. Ja. Wow. So, nehme ich. Oh. Hilfe. Mal gucken, kann ich hier schon irgendwas? Das machen wir erstmal. Das machen wir erstmal. Plastik, was fehlt mir? Flaschen in der Königskleidung. Ja, ich brauche Plastik, also machen wir Königskleidung. So, geistig, geistig, geistig. Du gehst tot. So. Ähm, ja. Ähm, mhm, Königskleidung. Wie viel können wir machen? Einiges. So. Stahl wird hier ordentlich gemacht. Ähm. So. Machen wir einfach noch ein paar Juwelen. Und doppelt. Genau. So. Alter. Ich renne mal ein bisschen rum, weil ich weiß gerade nicht mehr, was ich noch machen wollte. Was ist das denn? Also das ist Observatorium, ne? Oh. Oh, das mag ich nicht. Hast du ab. Ich bin immer noch fit. Ach. Das Arschloch. Du machst mir hier keinen Schrein kaputt. Und Hammer. Und Hammer. Oh, nicht Hammer. Äh. Was war mit dem? Oh, gut. Der ist fertig. Oh, Entschuldigung. Schnell, bevor ich sterbe. Oh. Lass mir noch ein bisschen Zeit, bis ich drin bin. Ich verstehe gerade hier kurz mal gar nichts mehr. So, lass mal ganz kurz gucken. Ah ja, genau. Machen wir aber nur fünf. So, das sind keine Schmetterlinge. Wo sind die Schmetterlinge? Oh, guck mal hier. Warte mal, dich müssen wir auch nochmal töten. Aber so nicht. Also, ich sollte vielleicht schnell nochmal... Ja, ja gut. Von mir ist auch so. Ähm, ja. Waren wir überhaupt schon überall? Ah. Gut, 100 Kacke hatten wir. Ich wollte die Roboterschaufel unbedingt machen. Also, hier war nicht mehr. Stimmt. Das haben wir auch schon alles gemacht. So, ich muss hier mal ein paar von den leeren Blumen leeren. Ne, jetzt sind hier keine leeren Blumen. Hilfe. Naja, wenigstens. Ey. Könnte ich das vielleicht mit dem da? Das geht auch ganz gut. Jo. Da geht einiges. Hilfe. Ähm. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn da überhaupt? Ähm. Nein. Was ist das? Steine und Erz. Das ist im Prinzip nicht schlecht. Aber das ist das Letzte, was wir noch brauchen. Eine davon, glaube ich, geben wir ab in das... Oh, warte. Äh. Oh, rausgedingst. So. Ist das das? Ja, genau. Okay. Da waren wir noch mit einem fast fertig. Ja, das da. So. Jetzt gehen wir noch Kristalle holen und gehen wir nochmal da rein. Wenn wir irgendwas genug haben, dann Kristalle. 50. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wann 50. Dann haben wir nämlich endlich das erste Ding hier mal... Ja. Und dann kriege ich einen Schlüssel. Mhm. Lass mich raten. Schlüssel kann ich keinen machen. Weil hier nichts frei ist. Oh, nee. Schlüssel mache ich hier. Und das ist frei. Ja. Wir gehen schon mal da runter. Ui. Warum mache ich das? Dann gib doch her. Ach, hier drin geht das ja nicht, ne? Danke. Das war sehr knapp. Das ist gut. So. Jetzt müssen wir nochmal schnell gucken. Das brauchen wir hier für. Das brauchen wir hier für. Ja, das ist alles klar. Ja, den können wir auch schon mal reinmachen. Ja. Sonst irgendwas, was wir jetzt dabei haben? Nee. 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 Nee, ist alles woanders. Das müssen wir bei Gelegenheit machen. Und dann gucken wir mal. Also, gucken wir mal. Also, Alchemie, da dürfen wir eigentlich gar nichts haben. Ja, hallo. Doch, da haben wir alles. Gucken wir doch mal. Komm. Ist vielleicht zu früh dafür, aber egal. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Aber haben wir. Wir haben da eigentlich alles. Auf den Eimler von Pommauer 5. Ja, ist Quatsch. Was soll das sein? Ach, stimmt. Oh, da haben wir auch alles. Können wir da irgendwas jetzt schon? Das ist was anderes. Kürbis braucht das Ding nicht. Okay, aber das ist ja. Farmen. Das Gleiche. Zum Teil. Wow, 50 Milch. Da sind die. Gut. Chilis habe ich auch genug. Goldes Ei habe ich keins übrig. Das wird aber noch kommen. Getreide habe ich hier auch nicht. Aber das ist langsamer so. Eins, zwei Mal fertig. Und wir haben diese Laterne. So. Ähm. Was ist das nochmal schnell? Das ist dann wirklich nur für die... Ah, da ist wieder einer. Ähm. Wir müssen wissen, ob es da ist. Ich gehe mal Schmetterlinge sammeln. Oh, ja, ich komme da gar nicht hoch. Aber hier irgendwo müssten die doch sein. Schmetterlinge war da. Bist du weg? Ah, da waren die Schmetterlinge. Wo habe ich eine Gläser? Das dachte ich. Ich habe... Doch. Ähm. Habe ich schon in der Werkzeugliste? Ja, aber wo? Hä, ich habe die in der Werkzeugliste? Ich habe keine Ahnung mehr, für was ich die gebraucht habe. Aber irgendwie geht es wohl. So. Das ist der Schatten. Eins. Das war falsch. Vier und... Fünf. So, gut. Dann lasse ich mir nochmal schauen, für was brauchten wir die? Hm, 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 hm. Ich brauche die Roboterschaufel noch, glaube ich. Roboterschaufel. Ja, dafür brauchen wir... Leerenrose kriege ich nicht. Äh, Dämonen-Spitzhacke. Die wollte ich ja gar nicht. Dafür brauchen wir auch noch viel zu viel. Hm, uninteressant. Um, wir sehen uns. Okay. Hahaha. Yeah. Justice.